Ach ja, oder eine Minifigur macht sich auch noch gut bei solchen Steinen hier drin. Man kann sie draufstellen oder bei so einem Fusch kann man sie reinstecken, was jetzt gerade im Moment nicht funktioniert. Ja, oder auf dem Blatt, dass es genug stark ist. Ja, jetzt hätte ich nur eine Erweiterung dazu. Das ist auch eine neue Variante von Jürgen P90. Demnach, tschüss.